Mom? Scheiße, ich glaube ich spinne. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du zu Weihnachten kommst? Es ist Weihnachten? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Drei Jahre? Drei. Wow. Isis hatte selbst keine richtige Mutter und ihre Tochter hat sie, wie sie sagt, mit Grips und Tits erzogen. Das Problem dabei ist, dass sie für ihre Tochter eher wie eine Schwester ist oder ein lustiger Kumpel. Ich arbeite in einem Spa. Du hast eine beschissene Arbeit? Ja, ja. Ich versuche jetzt, verantwortungsvoller zu sein. Carla hat mittlerweile einen Job. Sie versucht, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dann taucht plötzlich ihre Mutter auf, bereit, ihr Leben wieder ins Chaos zu stürzen. Das ist meine Mutter. Isis. Wie die Terrororganisation. Ist das deine Mann? Die Botschaft des Films ist, nehmt das Ganze nicht so ernst. Weil diesmal unsere eigenen Mütter dabei sind, erinnert er uns daran, wie wertvoll diese Zeit des Jahres ist. Man soll sie einfach gemeinsam genießen und sie nicht mit Erwartungen überfrachten. Du siehst toll aus. Das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter? Ja, das ist meine Mutter. Sie sind die Mutter? Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist mir einfach nie. Sie haben eine wundervolle Tochter. Ich weiß. Was machst du denn da? Mom! Ab 9.11. im Kino. Yeah. Yeah. From Africa and not your door. You wanna taste my cocoa?